Natürlich nutzen wir unsere kleinen Auswirkungen noch für ein Testvideo und in unserem Fall habe ich jetzt mal das Huawei SMD G7 mitgenommen. Ich hoffe, es wird ja auf der Straße nicht gemopst. Was das Ding so auf dem Kasten hat, das zeige ich euch jetzt. Erstmal finde ich es schön, dass Huawei endlich seine eigene Designlinie gefunden hat. Also von einem Klon kann man hier wirklich nicht mehr sprechen. Es ist vielleicht irgendwo an gewissen Trends angelehnt, aber auf jeden Fall kein Klon mehr. Ansonsten haben wir hier ein 5,5 Zoll großes Display, also schon recht großes Gerät. Der Apple ist mit 7,6 Millimeter noch recht dünn und auch mit 165 Gramm noch recht leicht. Wir haben hier ein Unibody aus Metall, in dem Fall wahrscheinlich Aluminium. Zur Rückseite noch zwei Kunststoffeinlagen für die Antennen, das ist ja meistens irgendwie untergebracht. Ansonsten hier noch Kamera mit Blitz. Vorne haben wir nur eine Frontkamera und das war es an dieser Stelle auch schon, weil die Rückseite ist natürlich nicht abnehmbar. An der rechten Seite haben wir die Buttons, Lautstärke für Power sowie zwei Einschübe für die Micro-SIM und die Micro-SD-Karte. Unten USB-Anschluss und oben Kopfhörer-Anschluss. Insgesamt muss ich sagen, es fühlt sich wirklich extrem hochwertig an, gerade für ein Huawei-Gerät. Wir hatten ja früher auch so ein bisschen den China-Ru-Effekt, billige Geräte zu produzieren. Ich finde es wirklich schön. Einziges Manko ist für mich eben so eine etwas scharfe Kante hier hinten. Das liegt nicht so schön in der Hand. Und wir haben auch teilweise etwas größere Spaltmaße, die nicht ganz gleichmäßig verarbeitet sind. Aber darüber kann man wegschauen. Als kleines Extra gibt es gleich noch eine Hülle mitgeliefert aus Kunststoff einfach. Die schminkt sich ganz gut an, macht das Telefon nicht unnötig dick und schützt es aber eben gleich noch. Wie gesagt, wir haben ein 5,5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. Die Auflösung mag für die Größe ein bisschen gering erscheinen, sind auch nur 267 ppi. Aber ich muss sagen, das gleicht man wiederum mit einem sehr guten IPS-Display wieder aus. Die Farben sind wunderbar, die Kontraste auch. Auch die Helligkeit reicht eigentlich hier für den Sonnenschein wunderbar aus. Kann ja nicht wirklich meckern. Das einzige, wo man es natürlich sieht, ist Schriften meistens sowie sehr kleine Logos. Wie zum Beispiel klassisch eben auf dem Homescreen in so einem Ordner. Da wird es dann ja ein bisschen, eben dieser Stufeneffekt wird dann sichtbar. Aber ansonsten muss ich sagen, es sieht sehr gut aus. Gorilla-Glas haben wir hier in dem Fall nicht. Aber ich würde glatt tippen, dass man irgendein anderes glättetes Glas einsetzt, da es sich eben schon ganz gut anfühlt. Auf der Rückseite des SNG7 haben wir eine 13 Megapixel-Kamera mit Blitz. Vorne sind es noch 5 Megapixel. Und ich muss sagen, für die Preisklasse ist das auch wirklich eine gute Auflösung und auch eine gute Abbildungsleistung, die man hier schafft. Also gerade bei Tagessicht finde ich die Bilder doch noch sehr gelungen. Teilweise wird es halt zum Rennen ein bisschen unscharf oder sowas. Aber ich finde, für ein Smartphone in dieser Preisklasse ist das völlig zu verkraften. Es gibt noch viele Optionen in der App. Wir haben vorne die Möglichkeit, HD-Videos aufzunehmen, hinten Full-HD-Videos. Wobei ich sagen muss, dass die Frontkamera ihre Aufgabe nicht ganz so gut macht wie die rückseitige. Mit 5 Megapixel wirken die Bilder doch schon ein bisschen verwaschen. Ansonsten haben wir sehr viele Optionen in der App. Sieht auch deutlich aufgeräumter aus als sonst. Hier oben haben wir dann verschiedene Modi, eben auch wieder HDR, Panorama. Beauty-Mode, das muss natürlich auch sein. Ebenso wie Serienbild. Und hier auch wirklich sehr viele Optionen, die aber auch ordentlich angeordnet sind. Und ich finde, das ist eben für die Kamera-App wirklich sehr gut. Lautsprecher auf der Rückseite macht außerdem eine sehr gute Figur. Da war ich wirklich erstaunt. Gerade eben, weil wir gemerkt haben, dass zum Beispiel das Note 4 gar nicht immer so schön klingt. Wir haben hier leichte Ansätze von Tiefen. Die Höhen sind auch ganz schön eigentlich. Es kratzt nicht wirklich. Und es ist auch noch DTS mit unterstützt. Also ich muss sagen, das ist wirklich ganz gut gelungen. Auf unserem Gerät hier läuft Android 4.4.4 KitKat mit der hauseigenen Emotion UI 3.0. Ich denke, mein Lollipop-Update wird auch noch kommen, aber dazu gibt es noch nichts Offizielles. Und ich muss sagen, die UI gefällt mir wirklich besser als die alten Versionen. Sieht einfach sehr modern und frisch aus. Vor allem auch sehr hell, sehr aufgeschlossen. Insofern läuft es auch dazu noch sehr performant. Also gibt es eigentlich keinen Grund zu meckern. Das Einzige, was eben manche beanstaltet haben, ist eine gewisse Ähnlichkeit zu iOS. Da wir zum Beispiel auf dem Lockscreen dieses kleine Kontrollzentrum haben, wie wir es auch von Apple kennen. Ein weiterer Punkt ist eben, dass man hier nach wie vor den App-Drawer verzichtet. Das heißt, ihr habt alle Apps direkt auf dem Homescreen in Ordnung eingeordnet. Und auch hier kann man dann nur eine kleine Spotlight-Suche machen, um eben nach Apps zu suchen. Sehr schön finde ich auch die Design-Option, weil man kann zum Beispiel für den Lockscreen verschiedene Themen abonnieren und kriegt dann immer wieder neue Hintergründe geliefert. Das heißt, wenn ich jetzt anmache, habe ich wieder ein neues Hintergrundbild. Und ich muss sagen, das macht optisch schon einiges her, weil ich bin auch so ein Mensch, der schnell langweilig wird von einem Hintergrundbild. Ansonsten muss ich sagen, ist auch das Ganze sehr aufgeräumt. Auf unserem Gerät war eigentlich nichts funktioniert, außer vielleicht Facebook und Twitter. Das war aber auch das Einzige. Hier haben wir noch ein paar coole Werkzeuge dabei, wie zum Beispiel einen Spiegel, eine Lupe, einen Audio-Rekorder, Datensicherung, alles mögliche Zeug, das man eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Bei dem Ascent G7 handelt es sich um eines der ersten Gäste mit dem neuen Snapdragon 410. Der hat einen 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor verbaut, ebenso 2 GB RAM und ist auch schon 64-Bit fähig. Ist also eigentlich sowieso prädestiniert für Android 5.0 Lollipop. Dazu kommen noch 16 GB Massenspeicher, die eigentlich auch schon völlig ausreichend sind für das meiste. Aber ihr habt da auch noch einen Micro SDHC-Slot, der Karten bis 32 GB aufnimmt. Erfreulichweise hat man mit dem G7 sowohl LTE mit bis zu 150 Mbit als auch HSPA Plus spendiert mit bis zu 42 Mbit. Das heißt, mobil seid ihr auf jeden Fall immer so schnell unterwegs, wie es euer Mobilfunkertrag erlaubt. Zu Hause gibt es dann leider nur WLAN BGN, reicht aber eigentlich auch aus für die meisten Zwecke. Bluetooth 4.0 NFC gibt es auch dazu, geordnet wird mit GPS und GLONASS und damit hat man eigentlich ein ganz rundes Paket geschaffen. Der Akku hat 3000 mAh, das ist bei dem großen Display vielleicht okay, aber eben gerade weil es nur HD-Auflösung ist, denke ich, man hält das eine ganze Weile. Bei uns sind wir eigentlich locker über den ganzen Tag gekommen, das finde ich okay für so ein Gerät und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Gerade mal 250 Euro werden aktuell für das Huawei SDN G7 fällig. Ich muss sagen, für die gebotene Hardware ist das wirklich ein echtes Schnäppchen. Die einzige wirkliche Konkurrenz kommt aus dem eigenen Haus, hört auf den Namen Honor 4X, bietet eigentlich quasi das gleiche, ist aber aus Plastik und damit noch ein kleines Stück günstiger. Mit 5 Zoll haben wir dann schon ein bisschen mehr Konkurrenz im Angebot. Der wäre zum Beispiel einerseits das BQ Aquarius E5 Full-HD aus Spanien oder auch das neue Vico Ridge, das wir jetzt erst auf der Messe gesehen haben. Oder zu guter Letzt auch das Huawei S&P7, das ist schon ein bisschen älter, hat aber auch wirklich deutlich mehr Leistung als der Snapdragon 410 hier im Inneren. Insgesamt muss ich damit sagen, es ist wirklich ein schickes Paket, wer Wert auf ein großes Display liegt und auch für hochfertige Materialien, der macht damit wirklich nicht viel falsch. Bis auf die geringe Auflösung finde ich auch wirklich nicht viel zu meckern, insofern bin ich irgendwo doch schon rund und zufrieden mit dem Gerät hier. So liebe Leute, jetzt seid ihr gefragt, lasst uns wissen, 5,5 Zoll viel zu groß oder genau richtig? Ich bin ein bisschen selbst unentschlossen, einerseits lässt sich es doch sehr einfach bedienen, aber es ist halt wirklich zu groß, gerade eben für eine Einhandbedienung. Deswegen gebt einen Sinn für zu, auch falls sich das Video oder überhaupt das Produkt gefallen hat. Daumen nach oben, schaltet auch nie, insofern sind wir für heute fertig, ihr seht uns beim nächsten Mal. Und nochmal die letzten Videos, hier haben wir das Vico Highway Science und hier noch das Nokia Lumia 830 oder Microsoft Lumia, wie ihr wollt. Und wir sind für heute fertig, macht's gut!